Sie sind hier, Masson glänzt auf US-Tour 17. Juni 2018, 23.49 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern-verkleinern Caroline Masson verpasste ihren zweiten Sieg auf der US-Tour nur knapp Urheberrecht gett die Images Caroline Masson wird zweite beim Turnier in Grand Rapids Eine Koreanerin verhindert ihren zweiten Turniersieg auf der US-Tour Profi-Golf-Aren Caroline Masson hat ihren zweiten Sieg auf der US-Tour der Frauen nach 2016 knapp verpasst Die Gladbeck-Aren beendete das Turnier in Grand Rapids, Michigan auf dem zweiten Platz 269 Schläge, sicherte sich damit aber ihr bestes Saisonergebnis sowie ein Preisgeld von 182.000 Dollar Auf dem Paar minus 72 Kurs kehrte die 29-Jährige am Sonntag mit einer 68 ins Clubhaus zurück Ihren sechsten Toursieg holte die Südkoreanerin Erypsilon Usoyeon, die nach einer 67 auf insgesamt 267 Schläge kam Sophia Popov-Sankt Leon Roth, 274, schrammte nach einem Bogei sowie einem Doppelbogei auf den letzten beiden Löchern am ersten Top-Minus-10 Resultat ihrer Karriere vorbei Platz 13 bedeutete dennoch das beste Ergebnis ihrer Laufbahn Sandra Gall, 276, musste bereits nach der dritten Runde etwas abreißen lassen und belegte nach einer 72 den 21. Rang Letizia Rassanderica als vierte deutsche Stadion hatte den Cut nach der zweiten Runde beim mit 2 Millionen Dollar dotierten Turnier deutlich verpasst Dore des Knatches Dore des Kn ambos-10, br Angeles, 259, nossas 7 básperien und verans�� autant